Wir entwickeln die Zukunft nachhaltiger Mobilität und Energie. Denn wer die Zukunft fest im Blick hat, gestaltet sie nicht morgen, sondern schon heute. Mobilität verändert sich und wird elektrisch. Diese Transformation eröffnet der BMW Group Chancen für neue vernetzte Geschäftsmodelle. Auch die Energiewelt unterliegt einem fundamentalen Wandel. Die intelligente Vernetzung von Energieverbrauchern, Erzeugern und Speichern wird die Energiewelt der Zukunft sein. Und diese Zukunft wird mit der BMW Speicherfarm Leipzig schon heute Realität. Bis zu 700 BMW i3 Hochvolt Speicher werden zum aktuell weltweit größten stationären Speicher aus neuen und gebrauchten Fahrzeugbatterien. Die maximale Speicherkapazität beträgt 15 Megawattstunden. Damit könnte ein BMW i3 100.000 Kilometer weit fahren. Die Speicherfarm ist nicht nur mit dem Werk Leipzig vernetzt, sondern auch mit dem Stromnetz. Sie leistet Einzigartiges. Lokale Optimierung der Energieflüsse im Werk und Stabilisierung des Stromnetzes. Damit unterstützen wir die Integration erneuerbarer Energien. BMW Speicherfarm Leipzig. Die erste ihrer Art. alo gå. yogurefig. Makna. Komm razón. Lökulsirkze ist nicht nur mit dem – Wasser produzieren dürfen. Es geht nicht nur mit knot Sch equations.